Nebelspuren im Morgenlicht. Es war ein Morgen wie kein anderer in dem kleinen Dorf Falkenberg. Die Sonne kämpfte darum, ihre Strahlen durch den dichten Nebel zu schicken, der das gesamte Tal bedeckte. Es war fast, als würde die Natur ein jahrhundertealtes Geheimnis bewahren wollen. In dieser besonderen Stimmung stand Lena am Fenster ihres alten Holzhauses und beobachtete die Nebelschwaden. Sie schienen zu tanzen, sich zu bewegen, als würden sie von einer unsichtbaren Kraft gezogen. Es war etwas Magisches an diesem Morgen, und Lena fühlte, dass heute etwas Besonderes geschehen würde. Nach ihrem Morgenkaffee beschloss sie, einen Spaziergang zu machen. Der Nebel war so dicht, dass sie kaum die Hand vor Augen sehen konnte. Aber sie ließ sich nicht abschrecken. Irgendwie zog es sie tiefer in den Wald hinein. Plötzlich bemerkte sie eine leichte Bewegung im Nebel vor ihr. Ein schwacher Lichtschein schimmerte durch den Nebel. Neugierig folgte sie diesem Licht und fand sie schließlich vor einer kleinen Lichtung wieder. In der Mitte stand ein alter, verwitterter Stein mit einer seltsamen Inschrift. Lena trat näher heran, um sie zu entziffern. Denjenigen, die das Morgenlicht inmitten des Nebels suchen, wird der Weg zur verborgenen Wahrheit gezeigt. Lena war verwirrt. Was bedeutete das? Sie berührte den Stein und spürte eine Wärme, die durch ihre Finger strömte. Im nächsten Moment wurde sie von einem hellen Licht umhüllt, und als sie die Augen wieder öffnete, fand sie sich in einer völlig anderen Welt wieder. Es war immer noch Falkenberg, aber alles sah anders aus. Die Häuser waren moderner, die Straßen aus Beton und überall waren Menschen, die seltsame Kleidung trugen. Lena realisierte, dass sie irgendwie in die Zukunft gereist war. Sie verbrachte den Tag damit, diese neue Welt zu erkunden und staunte über die technologischen Fortschritte. Doch trotz all der Modernität spürte sie eine Kälte, eine Entfremdung zwischen den Menschen. Als die Sonne unterging, zog der Nebel wieder auf und Lena fand sich auf der Lichtung mit dem alten Stein wieder. Diesmal las sie die Inschrift mit anderen Augen. Sie verstand nun, dass es nicht nur darum ging, das Licht im Nebel zu suchen, sondern auch darum, die Wahrheit inmitten all der Veränderungen und Fortschritte zu finden. Mit einem Lächeln auf den Lippen kehrte sie nach Hause zurück, dankbar für diese ungewöhnliche Reise und die Lektion, die sie daraus gelernt hatte. Sie wusste jetzt, dass, egal wie sehr sich die Welt um sie herum veränderte, es immer wichtig war, das Licht inmitten des Nebels zu suchen und die wahre Bedeutung von Fortschritt und Veränderung zu erkennen. Das Verschwinden des Nordlichts In einem kleinen Dorf am Rande des Arktischen Ozeans waren die Nordlichter nicht nur eine atemberaubende Schönheit, sondern auch ein Zeichen für die Nähe der Götter. Seit Generationen hatten die Bewohner des Dorfes dieses Phänomen jede Nacht bewundert, und es war Teil ihrer Kultur und Spiritualität geworden. Doch eines Tages, zu Beginn des Winters, bemerkten die Dorfbewohner, dass die Nordlichter, ihre vertraute grüne und violette Pracht, nicht mehr am Himmel erschienen. Tage vergingen und eine tiefe Unruhe ergriff das Dorf. Eldar, ein junger und mutiger Mann des Dorfes, entschloss sich, das Geheimnis hinter dem Verschwinden der Nordlichter zu lüften. Er war der beste Jäger und Pferdenleser und hatte eine besondere Verbindung zur Natur. Er packte seinen Rucksack, band seine Schlittenhunde an und machte sich auf den Weg, um das Mysterium zu lösen. Er reiste durch endlose Schneefelder und über gefrorene Seen, stets auf der Suche nach einem Zeichen oder Hinweis. In den klaren Nächten blickte er zum Himmel, aber die Dunkelheit blieb ununterbrochen. Während seiner Reise begegnete Eldar einem alten Mann, der in einer verlassenen Hütte inmitten eines schneebedeckten Waldes lebte. Der Alte hieß Vigo und war als der Weise des Nordens bekannt. Eldar erzählte ihm von seiner Suche und Vigo lächelte wehmütig. Die Nordlichter sind nicht einfach verschwunden, begann Vigo, sie sind gefangen. Eldar war verwirrt. Vigo erzählte von einem mächtigen Zauberer aus dem Süden, der neidisch auf die Schönheit des Nordens war und beschloss, die Nordlichter für sich zu beanspruchen. Er hatte sie in eine magische Kugel eingeschlossen und in seinem Palast versteckt. Doch Vigo wusste auch von einer alten Prophezeiung. Nur ein Herz, das rein und mutig ist, kann die Lichter befreien, flüsterte er. Du, Eldar, könntest derjenige sein. Mit neuer Entschlossenheit und den Segen des alten Weisen machte sich Eldar auf den Weg zum Palast des Zauberers. Nach vielen Hindernissen und Prüfungen erreichte er schließlich den Ort und stand dem Zauberer gegenüber. Mit Geschick, Mut und dem Wissen, das ihm Vigo gegeben hatte, konnte Eldar die magische Kugel finden und zerbrechen. Die Nordlichter strömten heraus und stiegen in den Himmel auf, heller und lebendiger als je zuvor. Als Eldar in sein Dorf zurückkehrte, wurde er als Held gefeiert. Doch für ihn war der wahre Lohn der Anblick der Nordlichter, die wieder am Himmel tanzten, und das Wissen, dass er sein Bestes getan hatte, um die Natur und die Kultur seines Volkes zu bewahren.